Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema, die Bundesnetzagentur warnt vor dubioser Telefonvermarktung von Zeitschriftenabonnements. Die Bundesnetzagentur hat vor unerlaubten Werbeanrufen gewarnt, bei denen Zeitschriftenabonnements auf dubiose Weise verkauft werden. Die Gewinnermittlung entpuppt sich als aufdringliches Zeitschriftenabonnement. Der Bundesnetzagentur liegen derzeit zahlreiche Beschwerden vor, die ohne Zustimmung der Werbung angerufen wurden. Zuerst wird ihnen am Telefon mitgeteilt, dass sie das Spiel gewonnen haben. Also ein Gewinnspiel. Bekannte Fälle legen nahe, dass der Vertrag letztlich dem Angerufenen auferlegt wird. Gewinne werden nach heutigem Kenntnisstand häufig nicht oder nicht im geforderten Umfang ausgeschüttet. Zu Beginn des Gesprächs erklärt der Anrufer, dass der Angerufene durch die Teilnahme am Gewinnspiel einen Preis gewonnen habe. Der wahre Zweck des Anrufs wurde verschleiert. Die sogenannten Preise sind breit gefächert. Einige Sachpreise, wie zum Beispiel ein Reisegutschein, der am Ende nicht wirklich was wert ist. Ein Geldbetrag und ein kostenloses Probeheft werden als Dankeschön-Umfrage ausgeschrieben. Für die Ausgeschütteten oder Ausschüttungen von Gewinnen, so der Anrufer, sei eine Gebühr oder Gewinnsteuer zu entrichten. An dieser Stelle des Gesprächs zeigt sich der Anrufer meist noch hilfsbereit und serviceorientiert und erklärt, dass ein sogenannter Sponsor die Gewinnsteuer übernehmen wird. Damit ein Sponsor die Zahlung übernimmt, müssen Sie lediglich ein Zeitschriftenabonnement oder einen anderen Vertrag abschließen. Tja, das kennt man ja hier aus den Anrufen zum Teil auch schon. Nach Erkenntnissen der Bundesnetzagentur hat der Anrufer ab diesem Zeitpunkt enormen Druck ausgeübt und behauptet, dass ohne sofortige Entscheidung die Gewinne entfallen. Werden Betroffene gezwungen, das Magazin zu abonnieren? Finden sogenannte Bankdatenabgleiche statt? Auch dies muss direkt am Telefon erfolgen. Ansonsten besteht im Nachhinein kein Anspruch mehr auf den Gewinn. Spätestens an dieser Stelle wirkt der Anruferdominant manchmal auf unterschiedliche, aggressive Weise. Viele der Betroffenen erhielten daraufhin ein Schreiben, in dem der Vertragsabschluss bestätigt wurde. Teilweise passiert dies auch Personen, die dem Ende ihres Abonnements in einem Telefongespräch ausdrücklich widersprechen. Also, dass das Abonnement automatisch enden soll. Und trotzdem kommt ein monatlich wiederholbares Abo, was sich automatisch alle zwölf Monate zum Beispiel oder alle drei Monate verlängert. Die Betrüger gehen hier auf unterschiedliche Weisen vor. Zum Teil erzählen sie den Opfern, wie zum Beispiel von dem Reisegutschein. Der Reisegutschein ist nichts anderes als eine Gutscheinnummer, die eigentlich nichts an irgendeinem Preis verändert. Geht man auf die Webseite, ist der Preis einfach um zum Beispiel die 200 Euro vom Reisegutschein schon höher. Trägt man den Gutschein dann ein, zahlt man lediglich den Normalpreis gegenüber zu anderen Reiseveranstaltern. Das ist nur einer von vielen Tricks. Die Zeitschriften-Abonements rufen zur Zeit ja bei uns auf dem Kanal nicht ganz so häufig an. Doch sind diese Betrüger immer noch aktiv. Und das seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten. Die Masche verliert irgendwie nicht an Wind. Zur Zeit sind es hauptsächlich ja die Trading-Betrüger, die vom Finanzmarkt anrufen und euch 250 Euro aus der Tasche ziehen wollen. Hier ist der Betrag vielleicht ähnlich hoch. So ein Zeitschriften-Abo kostet ja gut und gerne auch mal 100 bis 200 Euro im Jahr. Und, tja, das Abo, was man hier abschließt, ist eigentlich nur der Grund des Anrufs. Man trägt sich hier, wie so oft auch bei der Trading-Masche, auf einer, ja, Datensammel-Webseite ein. Zum Beispiel, dass man einen Ikea-Gutschein gewinnen kann. Oder ein ganz tolles neues iPhone. Oder sogar einen Apple-Laptop. Also einen MacBook. Alles Preise, wo man sich eigentlich schon an den Kopf fassen muss. Hier muss man dann seine Daten eingeben. Den Vornamen, den Nachnamen, das Geburtsdatum, teilweise eure Anschrift sogar schon. Und natürlich, zu guter Letzt, die Telefonnummer darf auch nicht vergessen werden. Nach etwas längerer Zeit, wie bei den Trading-Betrügern, wird man dann nach, ja, vergangener Zeit angerufen. Und man wird darauf oder darüber benachrichtigt, dass man ja bei diesem Gewinnspiel mal mitgemacht hat. In den seltensten Fällen geht's dann eigentlich wirklich noch um das iPhone, das man da gewinnen kann. Oder um den tollen Apple-Laptop-Rechner. Darum geht's dann nicht mehr. Man sagt dann nur, dass man irgendwelche Gutscheine noch gewinnen kann. Die kann man dann da tatsächlich zubekommen. Die sind aber auch nicht wirklich was wert. Naja, oder einfach schon, ja, in diesem ganzen Konstrukt schon irgendwo mehrfach verwendet worden. Oder es sind einfach nur Sammelgutscheine, die man sich hätte auch im Internet ausdrucken können, um bei einem bestimmten Unternehmen ein paar Prozent zu sparen. Das sind die Maschen der Betrüger. Und die Betrüger werden hier auch immer raffinierter. Zurückrufen kann man solche Firmen in den allerwenigsten Fällen. Denn diese Firmen nutzen gerne Rufnummerns-Spoofing. Also das heißt Verschleierung der eigenen Telefonnummer. Entweder steht im Display unbekannte Rufnummer. Oder sogar eine Handynummer. Oder tatsächlich eine Festnetznummer. Und entweder, wenn man diese Nummern dann zurückruft, kommt dann einfach nur, dass die Nummer nicht existiert, obwohl sie ja in eurem Telefondisplay gestanden hat. Oder es geht tatsächlich eine private Person ans Telefon. So ist es auch bei mir vor kurzem passiert. Ich wurde auf meiner privaten Telefonnummer mal wieder von einem Tradingbetrüger angerufen und bin nicht ans Telefon gegangen. Als ich die Nummer zurückgerufen habe, ich sah nur in meinem Handydisplay, dass es eine Handynummer ist. Diese habe ich einfach zurückgerufen. Und tatsächlich meldete sich jemand aus München, der schon darüber geklagt hat, dass er in letzter Zeit ziemlich seriöse oder unseriöse oder komische Rückrufe hat. Von Menschen, die angeblich von ihm angerufen wurden. Dabei kann der gar nichts dafür. Er hat niemanden angerufen. Richtig. Es waren die Betrüger, die letztendlich über seine Telefonnummer etwas verkaufen wollten. In einer Telefonanlage kann man das Ganze ziemlich einfach einstellen. Ich nehme einfach eure Telefonnummer und trage diese als Ausgangstelefonnummer ein. Ob ich die Nummer besitze oder nicht, spielt hierbei in den seltensten Telefonanlagen eine Rolle. Sobald man sich im Ausland nach Software umschaut, sind die Datenschutzbestimmungen schlichtweg einfach nicht mehr vorhanden. In Deutschland gibt es solche Programme nicht. Hier muss man, wenn man eine Telefonanlage besitzt, einen PIN-Code per SMS von der Festnetznummer, die man dort einträgt, wo der PIN-Code dann am Hörer durchgesagt oder einfach per SMS geschickt wird, muss man dann zur Bestätigung nochmal eingeben. Dass man auch wirklich die Person ist, die man eben auch ist. Das wäre auch die Verfahrensweise, die ihr eigentlich bei solchen Gewinnspielen eintragen müsst. Denn wenn man sich einmal bei einem Gewinnspiel eingetragen hat, wo dann hinterher gerne die Zeitschriftenverkäufer anrufen, da habt ihr ja in der Regel nicht für einen Anruf zugestimmt. Und selbst wenn man hier zustimmt, dass ich bei Gewinn telefonisch benachrichtigt werden darf, gilt das natürlich nicht für den Anruf, das Zeitschriften aber nur maus. Es gilt für die Gewinnbenachrichtigung. Ansonsten müsste auf der Webseite noch stehen, dass man auch angerufen werden darf für irgendwelche Verkäufe. Das würde ja natürlich keiner akzeptieren. Die Betrüger verstecken gerne in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, ganz, ja im ganz Kleingedruckten, dass da Werbeanrufe erfolgen werden. Aber das ist nicht legal. Ob es da drin steht oder nicht, die Betrüger sagen es ja auch gerne oft einfach nur, dass es in den AGBs angeblich drin gestanden hat. So oder so. Es ist nicht erlaubt. Denn ihr habt schließlich nur zugestimmt, dass ihr im Gewinnfall benachrichtigt werden sollt. Und der Gewinnfall ist ja definitiv keine Zeitschrift, die ihr dann am Ende doch noch selbst bezahlen müsst. So perfide gehen die Betrüger vor. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Inpo-Video wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.